Omega-3-Fettsäuren Transfetten, einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren Die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren werden wieder in drei Gruppen aufgeteilt In EPA, Eicosapentaensäure, DHA, Docosahexaensäure und ALA, Alpha-Linolensäure Nicht zu verwechseln mit der Linolsäure EPA und DHA stammen aus Algen Aber die Algen werden ja von kleinsten Krebsen gefressen, die dann von kleinen Fischen wiederum vertilgt werden Und die kleinen Fische werden wieder von größeren Fischen gefressen und so weiter und so fort Bis sie letztendlich am Schluss bei uns als Speisefisch auf dem Teller landen Die Omega-3-Fettsäure ALA findet man ausschließlich im Pflanzen In ihrem eigenen Zustand kann sie so aber vom Körper nicht verwendet werden Deshalb muss sie im Körper zu EPA und DHA umgewandelt werden Das gelingt aber nur in geringem Maße, nämlich zu drei bis höchstens zehn Prozent Deshalb ist es auch wichtig, dass täglich mit EPA und DHA den maritimen Fettsäuren ergänzt wird ALA findet man in Leinsamen, somit Leinöl, Walnüssen und somit Walnussöl, in Hanföl und in Rapsöl Unser Gehirn besteht aus etwa 60 Prozent Fett, davon sind aber ca. 20 Prozent Omega-3-Fettsäuren Diese kommen aber auch unserem Herzen zugute Denn die Fließeigenschaften des Blutes werden verbessert Und zudem kommt es zu einer Verbesserung des Zellstoffwechsels Die Augen profitieren davon Die Sehkraft wird nämlich verbessert Und bei unserem Immunsystem sorgen Omega-3-Fettsäuren für eine gute Immunmodulation Omega-3-Fettsäuren können Entzündung und Schmerz bei Rheumatoider Arthritis lindern Man muss wissen, dass bei zu niedrigen Omega-3-Spiegeln das Risiko, einen plötzlichen Herztod zu erleiden, bis zu zehnmal höher ist als bei hohen Omega-3-Spiegeln Das ist gerade für Leistungssportler sehr wichtig Muskelkater können größtenteils oder ganz vermieden werden Auch bei Majorendepressionen sind Omega-3-Fettsäuren wirksam Und sie dienen auch der Vorbeugung vor Alzheimer Zudem haben sie positive Effekte bei Krebs Zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren gehören aber nicht nur die Omega-3-Fettsäuren sondern auch noch die Omega-6-Fettsäuren Das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren spielt für unsere Gesundheit eine wesentliche Rolle Omega-6-Fettsäuren fördern nämlich Entzündungen Der Gegenspieler sind die Omega-3-Fettsäuren, diese hemmen Entzündungen Hohe Omega-6-Spiegel entstehen durch Änderung der Lebensgewohnheiten Durchbillige Pflanzenöle und viel Mast- und Massentierhaltung Hier sehen wir einige wichtige Omega-6-Quellen Dazu gehören Speiseöle genauso wie tierische Produkte, Fertigprodukte und natürlich Tierfutter Das viel Soja enthält Unsere Nahrung enthält immer mehr Omega-6-Fettsäuren Oft sogar 20 mal mehr als Omega-3 Das ist fatal Idealerweise sollte das Verhältnis 2,5 zu 1 oder besser betragen Omega-3-Fettsäuren wirken nur gut, wenn das Verhältnis zu Omega-6 stimmt Unser Stoffwechsel verarbeitet Omega-3 und Omega-6 mit Hilfe desselben Enzyms Das heißt, dass wenn alle Andungsstellen mit Omega-6 besetzt sind Omega-3 vom Körper nicht aufgenommen werden kann Aber zurück zu den Omega-3-Fettsäuren im Körper Diese haben nämlich mannigfache Wirkungen Sie haben eine große Bedeutung für den Stoffwechsel Sie sind wichtig für die Zellmembrane Sie halten die Zellhüllen geschmeidig und werden zur Herstellung von Hormonen benötigt Sie stärken das Immunsystem, wirken sich positiv auf Blutfette aus, genauso auf den Blutdruck, auf die gesunde Herzfunktion, auf die Erhaltung der Sehkraft Sie unterstützen die Hirnfunktion und Entwicklung des Gehirns auch beim Embryo und bringen Entzündungsvorgänge zum Abklingen In Los Angeles hat man Anfang dieses Jahres am Seda-Sinai Medical Center 100 Covid-Patienten unter die Lupe genommen, die stationär aufgenommen werden mussten Man hat nach dem Omega-3-Index geschaut Und festgestellt, dass von 100 Patienten 75 Patienten einen Index unter 5,7% aufwiesen Und 25% einen Index über 5,7% Am Ende hat man festgestellt, dass die Sterberate bei denjenigen, die gut mit Omega-3 versorgt waren Lediglich bei 25% lag im Verhältnis zu den restlichen Patienten An einer anderen Studie im Jahr 2020 nahmen 8000 Patienten teil Die Voraussetzungen waren, dass alle Teilnehmer ein hohes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse hatten Und alle Teilnehmer Cholesterinsenker einnahmen Die Hälfte der Teilnehmer erhielten 4 Gramm Omega-3-Fettsäuren und die andere Hälfte der Teilnehmer erhielt lediglich ein Placebo Die Dauer der Beobachtungsstudie war 4,9 Jahre im Durchschnitt Das Ergebnis war enorm Die Gesamtsterblichkeit ging um ca. 40% zurück Die Schlaganfälle um ca. 50% Und die Stents, Bypässe und Katheteruntersuchungen gingen um ca. 80% zurück Was die Dosierung bei Omega-3-Fettsäuren anbelangt, so sollten Sie nicht unter 2 Gramm täglich dosieren In vielen Fällen wird es sogar so sein, dass Sie 3 bis 4 Gramm täglich benötigen, um zum Erfolg zu kommen Die Einnahme sollte aber stets zum Essen erfolgen und nicht separat Suchen Sie sich ein gutes Öl Eines, das sehr gut bekömmlich ist Wo Sie nicht aufstoßen danach Und das frei ist von Schwermetall Fordern Sie einfach die Analysen bei den Herstellern direkt an Die, die Ihnen dann antworten, das sind dann die seriösen Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg Ich wünsche 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 Ihnen viel Erfolg